Ich hoffe, euch geht's allen fantastisch. Ihr kommt genau richtig. Wir gucken jetzt gerade uns noch mal die Twitch-Highlights an, die neun von iRacing. Ich hoffe ja, unsere... die spanische Dame ist da. Es geht auf jeden Fall schon wieder gut los mit sowas. Dann wissen wir, es wird ne gute Folge. Ja, also, ähm, da hat jemand was vorgehabt. Gucken wir mal, was vorgehabt... was da... was da jemand vorgehabt hat. Wait, how did he do the jump? Riley did the jump! Amazing. Let's take a look at the, äh, results. Irgendwoher erkenne ich diesen Ton. Aber ich kann das aber nicht zuordnen. War das nicht GTA? Ja, ne? Es ist von überall... es ist von überall schlimm. Wirklich, es ist von überall schlimm. Was denn? Bomms, Alter! Ist der einfach durch die Mitte durch? Oh, ich liebe sowas immer. Bomms, Alter! Oh, schade, ich wollte grad sagen, wenn keiner zu Schaden kommt, aber da ist jemand zu Schaden gekommen. Hohohohohohohoho, holy moly. Komplett, ehl komplett entsorgt. Oh, You're joking. Don't go back on the racing line, boy! Geez! Grazie! Also man muss schon wirklich Eier aus Stahl haben, wenn man Le Mans mit'n Porsche fährt. Da muss man richtig Bock drauf haben. Ich weiß nicht wieso aktuell Ich weiß nicht wie aktuell die Bob aussieht, aber Porsche war jetzt nicht immer so der Brille Pass Clear on the ride Goodness me, he just goes slow and tracks out When he doesn't need to track out, he's going so slow Boah, das ist aber ganz schön laut Das war stabil Oh, that was the guy, he was being serious He actually was serious about getting out of everybody's way There he is There Oh Oh no Oh 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 What else am I supposed to do? If I drive into the back of the 49, we're all wrecking and it's on me. Oh Hey there was my dad lose four white and we're all wrecking. Oh It's on me Oh Oh Füren's friends, füren's red jakes I barely touched the man I barely touched the man I barely touched him Oh, I didn't stick a finger in the butthole I just gave him a little bit of a rub This shit Ja, Quirk, hättest du mal ein bisschen Gleitcreme benutzt, dann hätte das ein bisschen geholfen auf jeden Fall Oh nein Und jetzt, oh, dadurch hat er jetzt die DT gekriegt wegen Loose Control Hahaha, nein Was ein Scheiß Dein Stream ist ganz schön laut Das ist schon ein bisschen eine freche Taktik, ne? Das ist schon ein bisschen eine freche Taktik, ne? Das ist ja eigentlich im Grunde genommen valide, oder? Ist ja eigentlich im Grunde genommen valide, den unten zu blocken, oder? Gibt's da so ne Regelung, dass man aufmachen muss? Na gut, das Ding ist, manche Leute mögen dann halt nicht nachgeben, ne? Oh, dear Oh, my word That is huge Fantastisch, Mozi Das hast du gut gemacht Haha Okay Danke, Mozi Das hast du wirklich richtig gut hingekriegt hier Okay Okay Okay, äh Why is she still going? Most massive Oh Alter, was ein Crash, Junge Holy Moly Holy Moly 6, 1 1 2 1 2 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 10 12 12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 oder ich würde sagen oh mein Gott oh mein Gott ich kann ich NEED TO FOCUS look he's just turned into me i had all the space there he's just turned he's lost his car and turned into me yeah touch wheels oh no bam we made ah kacke and then some other guy was no don't forget me i want in on the party this guy christian we did this with humor so völlig aus dem nichts hello there i don't think 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 nobody on the left Oh, das ist Multiglass. Der Rückspiegel. Oh nein, voll draufgehalten. Oh, no. Oh. You're a little angry. Get your Baha Blast? Hell yeah. I'm a Baha Finger Blast number 53 if he says he shits me again. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Let's just try and get back in the positive IR and have a good end result for this race. No. The fuck? Oh my god. Car on your left. Dioga, you're blinking like crazy. Oh, no. Soon as my FIA eggs like a snack. Costco is famous for their bulk and the low prices of bulk. But they're also famous for their rotisserie chickens. What's the change that you're pissed about? Their rotisserie chickens are no longer in their plastic containers. No, they're in the bags. They changed them and moved them to the bags. Yes, the bags are more healthy for you. When's the last time you ate a bag? Well, you're not eating the fucking bag, but you're not getting the chemicals from the container. What do you mean the chemicals from the container? What chemicals am I getting? What different chemicals am I getting from a plastic container as opposed to a plastic bag? It reduces the place. Like the plastic. You're stupid. Stop talking. I'm not. I'm not. What the fuck, Alter? Yeah, das sind so Gespräche, die man auf jeden Fall mal führt vor dem Rennen. This is true. This is real. You did a .69 swapping, so it's got to be like a .68. We're going to have your .50 mouse crap. Oh, we're in there going for first. He's going to leave that lap. I'm not. We are inside. We are inside. We are inside. We are inside. He killed my run. I use my lap. This is a car on the left side. Oh, no, who is here? We're going inside, please. I'm going for first. Yeah. Yeah, I had to pull down there. Going so slow. They're going so slow. Go, Princess. I'm riding at like 2.05. Was war das denn für ein run? My brother Der ist auf P25 Der ist 25 gewesen Das ist ja ein richtiger Giga-Move. Wow! Wow! Oh, oh no! Oh, God! That made me jump! Yeah, that made me jump, man. Talk about a jump scare! Die Disconnects, Alter! Oder der, der Netgoat! Oh, 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 oh! Oh, der ist der richtige Dodge Master! Ein Ninja, Alter! Jaa, naa luurit pysy pääs! Mitäs peukut tänne? Sein kuppel... Sein kuppel gibt mir richtig kraft. Das könnte Andi und ich sein. Das könnte wirklich Andi und ich sein. Einfach nur noch dreckig lachen die ganze Zeit. In dem 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 dem. Mitäs? Mitä? Mitä? Mitä hyvänä aika tää on näin? Ich habe mir noch einen... Ich habe mir noch einen Bit-Controller in den Kopf gemacht, weil es nicht mehr geht. Hier habe ich nicht drin. Ich versuchte gerade mit 100% für Feedback zu fahren, oder was? Der sitzt, Alter, wie der Schüppel liegt. Viel Spaß, Colin. Eita, Eita. Oh, das hat mir richtig Kraft gegeben. Übrigens, falls ihr das wirklich probieren solltet zu Hause, mit 100% Force-Feedback, seid bitte sehr vorsichtig, okay? Also gerade, wenn ihr große Wheelbases fahrt. Oh, das hat mir richtig Kraft gegeben. Hier war auch mal weniger Geschreie drin. Bis zum nächsten Mal.